Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 25 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 620 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Die Wohnung aufgeregt 9000 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020